Wir befinden uns hier am Eingang zum Rathaus, unmittelbar am Neumarkt in Oschatz. Und wir möchten Ihnen heute Informationen zum Stand der Arbeiten im Keller des Rathauses geben. Es ist total interessant. Wir haben historische Putze gefunden mit Inschriften. Und nicht nur Inschriften, sondern auch mit Jahreszahlen, was uns die Sachen alles sehr gut in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts datieren lassen. Und was noch interessanter ist, wir haben Jagdszenen gefunden. Und zwar nicht als Friesdarstellung, sondern immer kleine Szenen, die sich sehr ähneln. Oft Hirsch- und Hundejagden, aber wir haben auch Greifvögel dargestellt. Und das ist schon interessant, dass wir hier einen Bezug zur Jagd auch finden in Schriften und in Darstellungen. Es ist im Prinzip ein Raum im Rathaus, also ein wichtiger Raum. Wir hatten Zugang zum Neumarkt. Und was auch interessant ist, die Inschriften sind alle mit einem Zeichen versehen, was sozusagen die Leute, die diese Inschriften dagelassen haben, auch verbindet. Leider haben wir das noch nicht auflösen können. Aber es ist offensichtlich eine Zusammenkunft von Leuten gewesen, die was miteinander verbindet. Zum einen halt, dass sie alle schreiben konnten, dass sie sich mit der Jagd beschäftigt haben. Und in dem Fall auch mit der höheren Jagd. Also es sind Inschriften, Graffitis aus dem 16. Jahrhundert. Und was es besonders macht, ist es wirklich die Geschlossenheit des Erhaltungszustandes. Wir haben eine Gewölbetonne, die fast komplett mit diesen Inschriften bedeckt ist. Und das ist was Besonderes, dass wir das in dieser Geschlossenheit noch erhalten haben. Wir haben hier ganz außergewöhnliche Befunde, sind hier zutage getreten. Und wir freuen uns wirklich sehr, wie verantwortungsvoll die Stadt damit umgegangen ist. Und auch ihre Planung einfach angepasst hat und uns auch Zeit gegeben hat, hier die Befunde weiter zu untersuchen und zu überlegen, wie man die präsentieren kann. Die Füße, Beine, die Hose und hier ist der Kopf mit dem Spitzbord.